Das Hallenbad ist für uns ein wichtiger Ort, um uns auf den Ernstball zu vorbereiten und einen lässigen Teamsportlauf auszuüben. Ich finde es wahnsinnig wichtig, dass jedes Kind schwimmen lernen kann. Wir in der Primarschule Frauenfeld haben von der ersten bis zur sechsten Klasse alle zwei Wochen Schwimmunterricht. Es ist nie genug für die Wassergewöhnung. Am schönsten ist es, wenn man es direkt vor der Haustür hat und gar nicht weit fahren muss. Das Hallenbad ist für jedes Alter und dort soll noch die Sauna ausgebaut werden. Das ist doch hervorragend. Zum Ausgleich nach dem Schaffen und schnell ins Hallenbad ist gerade im Winter etwas vom Besten, was ich machen kann. Der Neubau wertet Frauenfeld als Stadt auf. Darum im November für den Neubau stimmen und somit unsere Baden erhalten und aufwerten.